Das ist safe and fake Anruf. Tja, das glaube ich nicht, das denkt doch keiner aus. Okay, es ist kein Scherz. Moin, also tatsächlich, alkoholisierte Person steckt in Taxi fest. Wir dachten schon, das wäre ein Scherz. Wer würde darüber Scherze machen und... Übrigens, der Taxifahrer, wann haben Sie hier das letzte Mal gesaugt? Saugt? Das ist dein Problem? Bitte holen Sie ihn da raus, Taxameter läuft, ich muss weiter. Tja, aber wie, er klemmt zwischen Fahrersitz und Rückbank. Und das ist ziemlich spack. Ey! Wäre es, wenn wir das Auto einmal seitlich kippen? Dann fällt er raus. Bro, die Karre wiegt 1,5 Tonnen, wir kippen hier gar nichts. Ja, moin, schickst du uns einmal die Feuerwehr? Moin, das ist jetzt hier ein Scherz, oder? Nee, tatsächlich nicht. Mann, 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 alles klar, dann du einmal von links, du einmal von rechts, du nicht den Kofferraum und dann gib ihm. Einmal, nie wieder. Boah, danke. Herzlich willkommen in der Freiheit. So, wir sind dann weg, tschüss. Jo, ciao. Ich lag da jetzt bestimmt eine halbe Stunde. Mir wird schwindelig, bestimmt durch das schnelle Aufstehen. Wie wahrscheinlich ist es, dass er exakt zweimal in die gleiche Position fällt? Mama Mia. Mama mia. Mama mia. Untertitelung des ZDF, 2020